schön dass ihr wieder dabei seid es ist until dawn Zeit Zeit für Horror kurzer Rückblick zu dem wo wir jetzt aktuell sind also die Gruppe hat sich jetzt so weit auf dem Berg eingefunden es sind noch nicht alle oben an der Hütte aber fast alle und ja es gibt so ein paar Liebeskonstellationen in denen es ziemlich viel Konfliktpotenzial gibt plus Chris das ist der Kollege hier und Ashley die sind beide ineinander verliebt aber noch kein Paar das wird vermutlich auch noch kommen oder zumindest eine Rolle spielen und wir versuchen jetzt zusammen mit George einen Weg rein in die Hütte zu finden denn das Schloss ist feist schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts oder ich will ja am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihrem Schnee wälzen klar ja absolut wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen als hätte ich da Chancen komm schon Mann sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine ja aber nur als Freunde hör zu Alter sieh dich um sieh dir die herrlichen Berge an siehst du hier irgendwo Eltern ich meine gibt's irgendwo ein perfekteres super Szenario so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten du und Ashley endlich allein du hast die Vorarbeit geleistet du warst der perfekte Gentleman jetzt hol sie dir endlich in die Kiste die Motivation von Kumpels ist offen und präzise und er hat recht vielleicht hast du recht du bist ein Killer Bro keine Furcht keine Gnade ich meine sie wird nicht wissen wie ihr geschieht schon gut schon gut kapiert wow also wie lautet der Plan um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen ich hab nicht gesagt ich hätte einen Plan ich dachte du hättest einen denk dir was aus Kumpel sonst hast du hier wir entzückende Ladies die sich den Hintern abfrieren ich sag's dir gleich so kriegst du sie nicht in die Kiste oh shit keiner steht auf Frostbeulen das sieht doch gut aus hier Blinky Blinky oh da hat jemand was eingebrochen äh aufgebrochen Axthalterung natürlich super eine an der Wand befestigte Halterung der in der Axt stecken sollte die Axt fehlt jedoch ich hoffe das heißt hier nicht äh doch ich hab ja offensichtlich schon zwei weitere Hinweise verpasst das fängt ja gut an das demoralisiert mich jetzt aber ja 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 das nenne ich ja mal clever sehr gut was überslicht was überslicht 14.2 Boah, das hat wehgetan. Ja, wir sind ein bisschen ungehofft. Sport. Die Kletterstunde. Ich habe mich schon gewundert, dass die Lodge überhaupt, dass da Licht an ist. Da war ein Jahr lang das Licht an. Das Schloss auf Flammenwerfern. Flammenwerfern. Wer kennt das nicht? Bye bye, verheißt das Schloss. Bingo. Okay, du kriegst das hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durch Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Wir sind an mich daran, dass ich als etwas größeres Kind noch mit Autos gespielt hatte. Kennt das, schön Stunts mit Hot Wheel Autos und sowas. Und als ich dann feststellte, dass Haspray und Co. brennen, habe ich dann besondere Stunts ausgeführt, indem ich dann die Autos eben mit Haspray eingesprüht hatte und sie hab brennen lassen. Oh, apropos Brennen. Verlust Tote. Der Verlust seiner Freundin. Braun. Verlust. So, und damit kann man ja die Ereignisse der Vergangenheit etwas rekonstruieren. Zeigt mir mal die Ausschnitte der verschiedenen Totems, die wir schon haben. Sie wurden wahnsinnig Mörder. Wie kann das sein? Das sieht aus wie Emily, oder? Werden wir dann sehen. Vermute ich. Ich hab mal irgendwie gelesen, dass man irgendwie, oder fast alle retten kann. Bin mir aber nicht sicher, ob das so stimmt. Werde ich mir aber jetzt auch nicht auf die Fahne schreiben. Ich sehe das eher als schon wieder ein Film und die Entscheidungen werde ich trotzdem weiterhin so treffen, wie ich sie treffen würde. Unabhängig davon, ob ich glaube, ob das vielleicht auch eine schlechte Entscheidung ist. Du bist noch fun. So, suchen wir mal nach Hinweisen. Ich hab nämlich schon viele verpasst. Zwei Stück. So, was haben wir denn hier? Die Meldung handelt von einem Gerichtsfall in Zusammenhang mit Blackwood Pines. Ein alterer Hausmeister wollte alles niederbrennen. Auf der Anklagebank schwor er der Washington-Familie Rache. Ich frage mich, ist der Josh, heißt er Josh, Josh Washington? Also deren Eltern, dessen Eltern, dass diese Lodge hier gehört. So, verurteilt Rachschuh gegen Familie des Film-Moguls. Von Charles Scott leitender Reporter. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren im Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem Altenberg Hotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlastet, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündete endete mit einem aussehnerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszenitäten. Er nannte sie Dreckige Hure und schwor euch alle, deinen beschissenen Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der Gesamtverhandlung sichtlich umfassend gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohungen sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, ihre Familie zu beschützen. So, das war vor 16 Jahren. 1997? Der ist schon wieder draußen. Er wurde zu 16 Jahren verurteilt. 1997 war es, also war nicht vor 16 Jahren, sondern er wurde zu 16 Jahren verurteilt. Okay, die Washingtons. Auch ganz angenehm, dass die schneller laufen können und nicht die ganze Zeit hier so rumtrotten. Interessanterweise, also ich verspüre keinen großartigen Grusel. Aber das ist, das habe ich häufig so bei so Teenie-artigen Horrorfilmen, da gruselt ziemlich selten. Weil ich es auch ausnahmen geben kann, also Evil Dead hat ja zumindest den Anschein, das Remake, von einem Teenie-Hower, weil sie auch recht junge Schauspieler sind, aber Evil Dead ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja, da sind sie. Ja, und jetzt haben wir auch die Antwort, dass der Josh ist auf jeden Fall auch ein Abkömmling der Washington-Family, der Familie und der Hausmeister hat er ja schon gedroht, er wird sie alle umliegen, auf irgendeine Art und Weise. Aber ist der Hausmeister wirklich der Killer? Oder ist es doch der Gärtner? Diese und weitere Fragen werden wir hoffentlich beantworten können. Was war das denn? Ja, das würde mich jetzt schon beunruhigen. Aber es war nur ein Wienstoß. So, bevor wir uns das Bad angucken. Sofern wir es überhaupt finden. Durchsuchen wir hier nochmal alles nach Hinweisen. Oh, hi Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Okay. Ich meinte, der Josh meinte oben im Bad. Dann durchsuchen wir erst mal unten alles. Ja, netter Versuch. Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Ja, der Hausmeister ist also draußen. Mal kurz checken, ob wir diese Anrufbeantworter-Nachricht hier auch nochmal sehen. Ah, okay. Die Hinweise sind nicht chronologisch geordnet. Ich hatte also doch nicht zwei Hinweise übersehen. Okay. Wir können Sie nicht nochmal abhören, aber wir haben zumindest so eine kleine Zusammenfassung oder einen Hinweis darauf, was in etwa Bestandteil der Nachricht war. Also, wir können Sie nicht mehr abhören, dass Sie nicht mehr abhören, dass Sie nicht mehr abhören, Das ist halt auch interessant, ne? Aber die Sam, seine Schwester, ganz links, die hat auch so einen schwarzen Schmetterling drauf, der für tot steht auch. Ein Hinweis. Bereit für den Senior Abschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily. Ah, ne, Hannah. Hannah ist seine Schwester. Ich hab's nicht so mit in den Hand. Ich werde sie noch öfters im Verlauf der Videos durcheinander würfeln. Aber Hannah ist ein schöner Name. Auch Hannah. Die biblische Hannah. Echt cooles Haus. Ist zwar ein bisschen anstrengend, mit ihm hier so rumzulaufen, vor allem, weil ich ja jetzt echt erstmal jeden Millimeter abgrasen möchte. Aber sicherheitshalber. Und der da so rumtrottet. Da bräuchte ich jetzt diesen ADHS Final Fantasy XII Modus. Turbo Mode. So, ab ins Bad. Aber grafisch ist also, muss ich mir echt sagen, das ist echt top. Da sind wir. Das sah aus wie das Bad. Zu früh gefreut. Zu früh angekündigt. Das ist nur der Wind. Das ist nur der Wind. Oder ein Eichhörnchen. Maschinengewehr. Eine Musik wird ein bisschen verstörender. Inferno. For man. Leute. So ein Trick. Das haben sie gut gemacht. Was war das für ein Tier? Es sah auf die Schnelle aus wie ein Wolf. Ich bin nur ein bisschen klein wie ein Wolf. Also, was war es? Ein angepisster Waschbär. Wir frieren doch hier draußen. Yes. Mission complete. Die Show läuft die ganze Woche. Fuck. Shit. Was war das? Was ist das? Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby. Baby. Keine Sorgen. Du wirst bald ein großer Junge sein. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Was geht, Party People? Hey. 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 Hey, Mom. Ich fühle dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Oh mein Gott. Das ist so eklig. Warst du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt? Durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Oh oh. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Geht schon los. Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nenn Miss Homecoming eine Kuh. Geht nie zwischen zwei Hunden, die sich beißen, und nie zwischen zwei Frauen, die sich zerreißen. Natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Naja, nicht provozieren. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, Em. Warum streitest du dich um deinen Ex-Lover? Hm? Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay. Ehe wir uns nach zehn Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, zieh dir doch mal die Gästlöte an, von der ich dir erzählt habe. Ja. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie legt ein Stück den Weg hoch. Die können sich gut leihen, die beiden. Zum Glück ist die Axt weg. So viel dazu. Ja. Also, Josh, ähm... Sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Hä? Meine Tasche. Die, äh, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, äh, hörst du mir zu? Oh, 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 super stressige Frau. Oh, und Gott, hast du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's dieses Zilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich mein, äh, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauch meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht, hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, ich... Glaubst du's? Schätze nicht? Du musst sie an der selber in Station vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Alter, Alter. Also. Ich glaube, der Killer wusste die Emily wahrscheinlich als letztes, weil sie zu stressig ist. Okay, ich bin jetzt ein Bart. Oder erledigt sie als erstes, weil sie zu stressig ist. Aber da ging es jetzt erst mal gut zur Sache. Und wir checken kurz mal unter Status und gesammeltes, ob wir da noch irgendwas Interessantes haben gerade. Ja, das ist natürlich... Die Entscheidung, die ich getroffen hatte... Natürlich hätte er abzumal auch zu Emily stehen können, aber ich fand... Ja, Emily hatte das ganze Ding gestartet. Außerdem müsste er schon sauer sein und sich fragen, warum... Regt sie sich noch so auf, wenn das doch ihr Ex-Freund ist oder ihr neuer Freund ist. So, ein Vorbild an Diskretion. Ashley riet Matt ab, das Teleskop zu benutzen. Matt sah Mike und Emily nicht flirten. Matt war entspannt, als Mike und Jessica in der Lodge ankamen. Ja. Emily und Jessica stritten sich. Echt cool, dass man sich das Ganze nochmal so durchgucken kann. Und... Gucken wir mal noch ein bisschen, wie es weitergeht. Was ist überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen... Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier! Pornostars? Ich würde es mir ansehen. Äh, Igitt. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Puh. Ach. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay. Verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Na okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was wirklich? Was? Nein. Ja, es ist ein kleines Flittchen. Die haben alle ihren Jackpot mit den jeweiligen Frauen gemacht. Was immer schlimmer ist. Matt und Emily oder Mike und diese Jess. Ja gut, die Jess ist halt nicht so stressig. Nicht so anstrengend und herrisch. Aber sie ist, äh, ja, sagen wir mal, wankelmütig. Offen. Offenherzig. Trifft es besser. Das ist echt super in Szene gesetzt, alles. Hey, Knack-Arsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Surfital. Oh, das müssen wir gut treffen. Oh, nicht so einfach. Nicht bewege. Ich bette, sie muss ein gutes Gesicht machen, sonst riecht sie sich auf. Aber wir sind sowas von ein heißes Paar. Du hältst die Kamera bereit, dann wird jetzt vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Oh, 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 oh. Was habe ich vorhin gesagt? Vorher ist das offenherzig, die Dame. Was ist das? Ein Hinweis. Privatgrundstück Washington Anwesenden. So. Er sagt, wir sollen einen Generator anschalten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Generator schon verpasst habe. Emily ist so dumm, wie sie aussieht. Wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mitten im Bären. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste, Alphersucht. Ihr Pech. So, was ist hier und was ist hier? Ich denke, hier könnte es den Generator geben. Oh, das ist schon die Gästehütte, aber ich glaube, es ist der Generator. Da sind auch Fugsspuren, habe ich da, glaube ich, gesehen. So, was zeigt uns das Totem? Braun. Oh, nein. Nicht Ashley. Wie süße, Ashley. Ich weiß auch immer noch nicht, ist das etwas, was eintreffen könnte? Okay. Jetzt, wobei er ich glaube, könnte. Nochmal. Aber sowas. Ganz kurz nochmal gucken. Nicht, dass da noch irgendwelche Hinweise drin sind. Schon so wie sie hier CSI Nerd Universe. Was passiert, wenn ich hier ins Gesicht leuchte? Jetzt guck doch nochmal in meine Richtung. Na gut. Genug mit den Spiränzchen. Das ist wie diesem R2 und dem rechten Alokstick irritiert mich immer noch ein bisschen. Mal kurz ein Delay, bis ich das dann drücke und dann nutze. Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Schauen wir doch mal, wie lange die beiden überleben. Wer von beiden überlebt und warum. Ja, Policeline, so na kurz. Ja, die Frau muss ich nicht. Okay. Bevor wir jetzt hier in die Hütte gehen und Jess und Mike sich miteinander vergnügen, beenden wir das Video. Das müssen wir euch natürlich vorenthalten. Nein. Im nächsten Video wird es weitergehen mit Until Dawn und der Truppe hier auf dem Berg. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst es euch gut gehen. See you next time.